okay hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde und der ist zurück zu der ist nach oh gott ist das lege über einer woche pause null ahnung was wir überhaupt gemacht haben wir fleißige leute sind und arbeiten müssen jetzt guck mal geschwind ob du wirklich eine quest hast würde mich mal interessieren ja stufe drei stromzufuhr wieder ja genau da müssen wir das geschwind machen weil das geht ja nur timer bitte ich muss mich erst einladen so stimmt da war ja was so wir haben was ist ein tag sind wir haben irgendwas gemacht und dann glaube ich ein bisschen so rum und so rum auf das tor das leckt bei mir das ist ja schrecklich ja bisschen verplant noch so quest warte und nehmen 900 oh gott er ist da kann man weiterfahren weiterfahren komm wir haben keine zeit bis 0 und mir jetzt 0 uhr 13 da können wir es nie hin hoch einfach kann doch sein dass es bis zum 2 ist das lag bei mir lag fest hast du benzin mit wieso unterwegs ja 29 prozent noch da guck mal was 47 was stellst du mir jahren nicht wegen die habe ich doch geguckt ja gott was ist bei mir so leggi ah ich weiß warum moment ich weiß warum ich weiß warum da ist ein blöder da und tot denn ja bei mir leckt auch links auf der straße jetzt bin ich hallo und bin ja schon drin das ist ein geier und zombie armee ich komme nicht weg wo bist du schon fast da wie sie mich einfach hier verrecken lässt da ist eine zombie horde geier und alles und die tschüss ja was soll ich machen ja auf mich aufpassen während ich dafür sorge dass es kein leckfest mehr gibt auf jetzt hat es auch funktioniert nein es leckt immer noch bist du da gleich ein paar meter aber kommt man hier überhaupt durch durchgefahren geht ja kaputt zum glück hinter dir hatte hier ist es jetzt da rein ja okay ich würde sagen wir gehen einfach rein ohne mehr machen wir machen okay warte mal aber war schon gedrückt jetzt warte bitte mal ich bin nicht schießen nicht lieben was soll die schon ja kommen ja mal dreh dich ja guck mal wer ist sie tot jetzt schon nein sie lebt noch okay dann können wir dich drum ich muss jetzt noch mal kurz gott ist ja schrecklich noch jetzt also mir müsste ich die bieten reparieren generation ja ich weiß okay also das heißt im grunde jetzt wir gehen jetzt hier wieder einfach durch und pusten alles weg was wir finden hä bist du treffig nett ganz komisch ja ich sag ja irgendwas irgendwas stimmt noch nicht ganz ach hier ist eine leiter weil looten können wir nachdem was gemacht haben nein ja durchs loch durch und drin ne ich bin hinter dir brauchst dich nicht durch ne ich weiß echt nicht was wo lang muss einfach durch ein loch durch ich gehe mal runter ja wir müssen den generator suchen das ist blöd ja 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 kaum drinne total verplant ja man ist doch egal hier ist ein generator genau den musste man muss ich den raum machen oder nur du das heißt drücke eher gehalten oder ja also eigentlich nicht nein oh wir sind wieder durch okay generator eins von zwei sind durch ah und zombies töten da kommen sie jemper mal aus der nähe könntest du hoch während ich gekämpft habe oh die hat blöd fallen lassen der generator ist irgendwo unten auf jeden fall oh gott ist das stressig da ist was drinnen und hier kommt man eben auch nicht hoch können wir da reingucken ich weiß nicht man kommt nicht hoch wegen der leiter ah bin drin ok und ein rucksack ah jetzt geht es runter oh ist das blöde treppig ja 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 die pflanze schwebt echt bei dir schwebt eine pflanze ja hier da ist das Haus hier ist ein Loch da geht es eine etage tiefer hi jawohl tatsache warte mal jess ach du bist beschäftigt schade ich guck mal kurz aha nein charakter hab ich jetzt was auf dem kopf ja man siehst du das überhaupt ja keine taschenlampe ach nein nein wutu okay so weiter geht's oh okay pass beiseite jetzt kommt der ernst des lebens zurück hä wo bin ich jetzt warte mal noch warte nein los okay was ist da für ein knopf aktualisieren irgendwas aktivieren hier wir müssen aber den generator eigentlich finden du hast ja dings mit oder ähm was denn mit äh die triche ja ja hab ich oder oh da ist ja noch ein save sogar ich suche den die generat warte hier geht's ne wendeltreppe hoch es geht noch mal runter in der etage bleib da achso ok komm loot mal erstmal durch so viel zeit haben wir noch denke ich wir haben es ja schon aktiviert äh links ist ein waffending noch da hinten ich mach grad die kiste irgendwo halt noch ein zombie ja 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 ich hab jetzt ganz viele klamotten ich hab nur noch 48 schuss what geht ab mit dir und ballest du zu viel wieder ich hab wieder munition gekriegt wir sind ja schon unten ja die sind draußen die zombies warte der generator ist genau da da ist das ding mach den generator an genau kümmer du dich da also ich drück nicht eh das ist nur wie ein save achso er funktioniert kurz und dann muss er wieder neu oder oh hundehütten ich hab mal kleine hundehütte hm was gut ist ja immerhin hast du die kiste schon hier oben hier cool wir sind fertig zurück zum händler ach sehr schön okay dann loot mal da ist noch eine kiste da oben weil hier ist auch noch eine kiste da oben weil hier ist auch noch eine kiste da oben da kommt ein ding deswegen weiß ich nicht ob es die auch schon war ne die habe ich noch nicht die ist ja noch zu die andere die andere ist offen nein die hier naja die ist ja auch noch zu siehst du doch alles ok jazz ja ja er kommt zeig dich gut ach jetzt kommste blöd man jetzt komm digi ich mag den maschendraht da kann man durchschießen toll brauchst du muni für dich nö ich hab nun ich hab sogar für dich ähm magnum was will ich mit magnum was hä du hast grad du zeigefinger war also die waffe war da vorne du hast mit dem zeigefinger nachgeladen so richtig wird geil da kommt ein hase rum also geh mal wieder zurück warte ich bin oben weil dann kommt man hier noch aufs nächste gebäude wieder rüber bestimmt und dann ist die baustelle gleich noch daneben hast du platz ich hab platz ein bisschen warte mal ich trock dir mal kurz muni bitte ich ja dann ein buch was will ich denn mit der magnum muni ich brauche die nicht ach so ich hab dir ein buch hier hab keine magnum der glückliche sammler mit jungs sehr schön habe schatz gerade gefunden zwei stück sehr gut guck mal extra für dich hast du gerade gebaut? ja bitte danke schön so kommt man nämlich hier rüber ach das war nie wieder lecky ne ne hier kommt man nicht rüber hier guckt da kommt man nur hoch hier her und dann muss man hier irgendwo ach da bist du da gerade ja hier gehts ins gebäude runter da ist ne tussi okay aber wir können einfach hier rüber gehen stress bauen wir uns hier einfach geschwind durch oh ist alles okay? naja er hat normale munition für dich gefunden oh shit ich hab doch matsch geht nicht es sollte eigentlich gehen also jazz bitte vorsichtig wir machen oben auch noch weg theoretisch brauchst du nur rüber laufen ok? ok ja du brauchst einfach nur rüber laufen bist drüben? naja guck dir grad zu wie du die einfach wegballerst wir kommen mit der schoddy brauchst du wie gesagt eigentlich auch noch eine naja wenn es soweit ist wir gehen gar nicht mehr auf wir gehen gar nicht mehr auf der jetzt natürlich weil die liegen da noch so schön rum guck mal gehts da dann ok Ebene 3 drei 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 die trau ich dir gleich auch die nicht wie sieht es bei dir essen trinken mäßig aus trinken was ich brauche noch nichts warte okay man kann drüber aber vorsichtig genau nicht dass du dann runter fällst er gefällt mir nicht er gefällt mir auch nicht hast du den zombies ja zwei zombies hier schon rüber hier ist der lud hat jemand die schiene für mich mein bein ist gebrochen du bist runter gefallen du lässt mich jetzt hier oben alleine ja wieso bist du abgestürzt jetzt muss wieder hochkommen ich kann dir jetzt nicht kommen wir hinter dir keine schiene warte ich gucke mal was ich hier nutzen kann alleine und dann kannst du auch runter fallen lassen ich brauche dietrich das ist ein zombie theoretisch musst du so hoch kommen wie wir hochgekommen sind wo bist du denn hier geht es auch runter okay ist nur der abgang genau dann einmal darüber und auch rechts lang kann da geradeaus hoch ja genau das sind zombie wo bist du jetzt irgendwo unter mir sein ja genau du bist jetzt direkt unter mir und dann einfach nach oben drücken und hier rüber genau das kann das jump'n'run ist ihre freund sie hat geübt sie darf dann einfach nach oben drücken und hier rüber genau sie hat es geschafft oh da ist eine kiste für dich ganz langsam nicht dass noch was passiert ja ich habe jetzt die roide genommen was hast du genommen das ist nur wenn du überlastet bist ja bin ja schon fast ach du meinst wegen der schiene habe ich gedacht vielleicht bringt es auch was hast du gebrochen oder gebrochen gebrochen brauchst du gips kein platz im inventar ah ich habe ein buch hier warte ja schon gelesen nee da ist es oh nicht gutes stromgewehr so in der tasche sehr schön cool ich habe munition für dich für die normale ja nur gut krasser leitern hier geht es runter aber nicht fallen ja da hätten wir auch den schnelleren weg nach oben nehmen können hier klappt es ja ja hier hat sogar eine matratze zum runterspringen gemacht die verbrauchen sehr gut irgendwo da drin müssten noch zombies sein aber egal sehr schön trotz stress trotz keinen plan haben gebrochenes bein solltest dich mal heilen kann ich da sie kommen hinter dir oh das sind einige da sind wölfe er ist tot da kommt ein big boy also so ein so ein dingstipp geht da nochmal auf nein tut er nicht ah ist dir ein dingst genommen nein ja sehr gut medikit ja ach stress ja sorry wieso hast du da nichts für jetzt nur so dieses waren wir schon mal hier ach hier drüben sind wir ok refresh wir haben die kleidung da drin gar nicht gelootet gibt es hier noch so pappenpilz egg auto irgendwas mit meltdowns ok ähm wohin ähm zum händler oder so keine ahnung ja fahr mal gib mal direkt die quest ab oder ja hätte ich jetzt nicht gesagt weil weil dann kriegst du eine normale und ich habe ja auch noch eine quest offen ah ne der hat noch gar nicht offen dann gehen wir erst zu meiner ah wir gehen zum warte wo ist denn meine moment ich teile mal meine mit dir hier wird zombie und meine ist mitten in der stadt dann fahren wir zum äh erst nach hause räumen das loot weg und äh dann zur nächsten quest fähig meinen mhm ich hole mir einen gips ganz genau ja ja noch ein grund mehr nach hause zu gehen so warte mal wo fahre ich denn lang wo muss ich nach hause ah jee knapp in den see gefallen hm hm hallo händler komm ich lass mich mal weg spawnen hm mom hm 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 in der luft gespawnt hast du es gesehen okay schade so ein bisschen ich habe gesehen wie du darauf zu fährst und zurück aber mehr auch nicht chaos start wir halt der zeit stress kein plan von nix und der bär ist noch da du musst glaube ich auch nämlich habe mich kein platz aber er ist komplett zerschossen gewesen wieder ich habe aber nicht viel geschossen ist wahrscheinlich eh so nimmst eine automatische dann ist es mehr kaputt als ich weiß ich fleisch was wollen wir mit zu viel fleisch oder so eine 30 reicht ja auch eigentlich habe ich eigentlich was in meinem motorrad drin okay da brauchen wir auch nicht reinfahren oder auf die idee kommt wie geht es mal im garten oder sieht fertig aus so die palmen sind toll das sind die dings joker palmen auch kummer ist das einfach bombe wo wir haben woher haben wir 6000 messing gemacht was kannst du so messing sammeln also ich will mich jetzt nicht beschweren gut ich habe nur mal 274 messi ach links ist auch voll zeug ein komisches zeug haben wir gefunden einmal querbeet war das gerade ein magen der gerade so gemacht hat vielleicht stimmt die noch rum weil ich habe jetzt gibt es an hast du gibt es an wir haben dann glaube ich keinen mehr nicht wahr ok ich habe ja welche gemacht bücher habe ich welche aber die habe ich gekriegt bitte 20 prozent ein wein eines zweibeinigen ziel zu leben ok kann ich das da drauf machen ah nein ist ja voll ja ist ja jetzt auch nicht so hoch die welt ich habe dingsplatten gekriegt cool also hier druckplatten und mal fallen bauen so einfach einmal alles reparieren sehr schön jetzt mal nehmen mods 2 stimmt da war ja was aber jetzt ist die untere kichte da kann noch was rein ja wir haben ja verkauft eigentlich jetzt mal nebenher beton machen ich habe es heute mit den kärle tasten solange du nicht irgendeine waffe von dir zerbaust wir brauchen bruchssand keinen mehr ich stelle einfach welchen her wegen beton herstellen ich habe jetzt einfach bruchssand hergestellt weil wir so viel stein haben läuft der jetzt automatisch abenteuerkurs hier also es ruhig hier unten die immer genau weil die mal gucken aus denen kann ich nichts machen muss man mal kurz gucken ich könnte doch aus denen was machen warum wird das hier nicht angezeigt normal steht ja immer rezept da lassen wir die dosen einfach mal dosen sein und ruhig mineralwasser so pyramiden unsere pyramiden ding hier noch ein paar geschosse hierhin stellen ein freundchen hast ein arm verloren so dann hast du meine quest markiert was soll machen nach da oben von halbe stelle rum weißt du das echt ja wir machen jetzt das noch und dann geht es zum händler dann ja dann neu müssen wir uns auch erst dran gewöhnen kürzere folgen zu machen dann kriegen kommen wir auch irgendwann auf folge 400 gott wo will der hin auch industriegebiet mhm jetzt nach links oh das ist ein pappenpilz oh cool das ist natürlich dufte ich gehe wieder rein ja ich baue auch schon mal drumherum ab ich hätte ihren kopf verloren blute wirklich alles denk dran das auto gehört auch dazu immer schön dass der parkplatz und drumherum auch alles dazu gehört wo haben wir eigentlich ab 9 0 punkte ich habe zwei welches level wissen du jetzt nein ich gucke selber 58 alles klar da drin ja kommst zurecht ja klar und eine eismaschine gibt es wieder schnee ich wollte ja den den komischen smoothie da mal machen ja cool one hit oh gott die ganzen einkaufswegen ja gut die bringen jetzt auch nicht so viel mechanische teile müssten wir glaube ich auch 300-400 haben ich glaube da immer geht ja viel ja aber hey haben oder nicht haben wenn wir noch ein paar fallen bauen wollen und sowas dann brauchen wir das eh okay da bräuchtest du ne schroti einfach durchschießen irgendwann haben wir ja alle level also alles voll das ist ja das was hier ach so das ist hier dahinter ich hab ein level ab guck mal bestimmt nur aufs dach du ja denkt man nicht ins loch runter springen doch da hat benzin lassen uns zusammen dann ins loch gehen heute wieder in den etage tiefer springt hast du dich doch letztes mal töten lassen könnte sein wird es jetzt hier durch glaube ich naja du bist da drüben gute loot müsste auf dem dach sein also ich habe den weg zum dach du bist genau auf der anderen seite da drüben da geht es runter ja genau da nicht hingehen warte kurz kommen hier bist du schon durch die kleinen verstecke bei unten hat es eine chemiestation das ist ganz gut habe ich schon gesehen da ist auch noch ein bisschen mehr in chemie kostiges fass benzin sehr gut kann man tanken hat das mal aus t-shirts und ein bisschen benzin so keine fackeln herstellen kann das wäre interessant ja die chemiestation nicht gemacht ich stehe immer oben drauf da war alles unter etwa ja das ist wer zusammen irgendwie da liegt ein zombie drüben ok du auch so soll man es mitnehmen ich habe keine schaufel mehr tut mir wirklich leid ach so dass man da immer mit pflastersteine und zement pulver das sind die paletten immer die uns ein aufmerksamer zuschauer empfohlen hat und wir lassen es immer stehen ja da kommen wir wieder zurück weil das ist dann da wo ich dann gerade war dieses loch da kriegt man benzin raus hast du mal gemeint doch nicht das ist nur plastik ach so ich weiß es nicht könnte sein dass mal bei eins so war aber ja du hast den weg hinauf schon gefunden hast du gemeint warte mal die kann ich abbauen das büro stuhl hier nutzt du nicht ja 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 die küche schon läenge sind cloggen hier brauchen wir da noch nicht eigentlich sprichst du blöd mann dadurch habe ich nicht getroffen die verfolgten holzfäller und kriegt dich nicht ja genau der schöne lud da wird man wieder voll sein ich muss den zuerst machen also ich aus versehen ohne nur normale bandagen ist so ein scheiß was du schönes ich habe drahtwerkzeug habe ich schon aber es in ordnung kann man immer gebrauchen da drüben kann man runter warte die lampe darauf und runter ob man das schafft genau jawohl hast du nägel nein habe ich nicht war die andere hunde davor ok also alles im alles in zum rupel und nicht aus jetzt nicht soja niedrig braucht nämlich zu viel immer mit dadurch ok das autos diesmal ganz also ich bin ja schnitzel dich durch spaß bist du da nein wir müssen noch töten 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 du hast aber nicht dazu er ist echt nicht gestorben wird da jetzt stimmt 20 kugel abgekriegt ein bisschen wird gut gepanzert oh lex wo sich bei dir sind viele zombies und klar ja ich habe ihr ihnen hier alle wert ich habe das nur ballern einfach hier wie war das mit rambo terminator so wirkt das ungefähr ich gehe runter ich mache das loch von hinten rein ich krieg nur normale verbände nur mal auseinander nehmen diese komischen bandagen also nicht die erste hilfe aber die anderen habe ich jetzt auch gemacht das sind sowas von unnütz und die kannst du so schnell selber herstellen kann man selbst schauen dass man sie verkaufen können schon verlegt aber honig habe ich jetzt ein paar mal gefunden sehr schön ich habe auch ein t-shirt gefunden ich habe in der zerstörten chemie station habe ich zwei bücher gefunden für eine chemie station ich bin dir schon hinterher was das ist nicht gerade ach so doch du bist durch die tür durch wiki style ihr habt mein hund getreten habt unser firmmaskottchen getreten rosi und wieder geld jetzt sind scheine fahrer und dux du hast wieder deinen spaß ja loko was besseres drin oh schon wieder billige verbände muss man da echt auf besseren noch mal vier verbände besseren loot skin oder wie keine ahnung aber jetzt hat es die kiste in sich ich habe sechs dietrich jetzt verballert jetzt komm schon geht doch auf hast du noch welche hast du ein äh du hast doch ein dings geh doch einmal auf auf dietrich die kriegst nicht auf wie viel hast denn du noch 36 gib mir mal kurz sein das ist bestimmt ein bug jetzt was buggy ist und daneben dich jetzt nicht mehr rein lässt manpower 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 ich habe drauf will ich kann ich nicht mehr drehen tut mir leid jetzt ist deine muni weg die nehme ich weil die kann ich gebrauchen was kannst du mitnehmen weil ich gehe auf leder jetzt habe ich ja beschlossen ich kann sie eh noch nicht verwenden haben wir alles getötet ja rede mit dem händler vergiss nicht dich zu heilen mal wenn ich auseinander bauen bitte hab ich schon sorry brauchst du was zum heilen ja hab ich nicht ja du brauchst was zum heilen äh warte ich geb sie dir einfach komplett hier schmerztabletten ich hab nur aloe vera scheiße gefunden oh da drüben hat es eine shotgun waren wir da schon drin ja doch keine ahnung ah doch da waren wir schon mal dieser dingsladen wo du einmal im kreis läufst und dann oben aus der ja doch siehst du guck mal da siehst du unser gebautes noch so würde ich meinen einmal zum händler missionen abgeben soo tattel du okay ah okay die guckle das ist extrem schlimm ist wieder empfindlich ja aber echt du bist nicht gerade ausgefahren ich bin es nicht gewohnt was gewirkt zu werden von deinem mikro ja ne heute ist es echt echt schmeiß mal alles hier wieder rein stehe ich auf deinem motorrad ja mich hat es nämlich gerade hochgedrückt dann mal die kann man verkaufen die kann man verkaufen okay die obere ist voll kannst du ja mal schauen ob da was dazu tun kannst guck mal ich habe ein upgrade vielleicht einmal auf oh ja warte ich habe hier auch ein paar Verbände aber ich glaube so viele Verbände will die auch nicht ich habe meinen wagemutigen abenteurer voll zwei questbelohnungen und 20% mehr dukes schau mal ob du da auch was nehmen kannst ach hier 10 ich nehme sie mal raus mal das t-shirt nehmen wir gleich das nehmen wir alles okay nein oh was ist los was ist ein wagemutiger abenteurer äh hinten genau muss nur intelligenz hoch machen das braucht zwei jetzt hast du keinen mehr warte mal wie viel brauchst du denn noch ah nee du bist am anfang nee es lohnt sich nicht lohnt sich jetzt nicht zu irgendwie wir könnten höchstens buddeln oder irgendwas aber ja alles gut wir geben einen Punkt da macht es mir jetzt nicht du kriegst halt zwei questbelohnungen lohnt sich halt schon taktisches sturmgewehr ich nehme das taktische sturmgewehr und die munition würde ich sagen oh stahlschaufel brauchen wir aber nicht mehr scheiße ja gut ich nehme sie trotzdem und ich nehme die rohrbomben äh warte mal ach zehn warte wir hatten doch Bücher verkaufen ein paar Bücher kannst machen ja aber wenn du tue ich da irgendwo ein Loch buddeln und dann gehe ich nein keine Ahnung oh die Schaufel kannst du für 600 verkaufen oh ich behalte sie mal was ist denn du schönes Mädchen kannst du abbrechen eine Muni oh hier ist ein Grundausbildung achso das mit der Feuerwehrhelm ähm sonst hat die nix mehr Leitungen kannst du gucken ähm die Dosen nein die Dosen bitte behalten weil daraus kann ich ja Essen kochen die können wir mal verkaufen wir haben einen Haufen Dukes so ist es nicht und jetzt Großvaters Lernelixier wieder müssen wir mal nehmen dann ein paar Sachen hab ich aber jetzt nicht schlimm alles gut pack 19 es sind zwei Tagen wird sie wieder geupgradet ganz was will sie denn die Dosen drehen du bist schon was weißt du eine Armbrust ähm Stufe 4 nimm das was du willst also am besten wenn du nicht weißt dann immer Munition also die Rohrbomben nimm mal die Rohrbomben willst du einen Compound-Bogen Compound-Bogen der beste oder der zweitbeste Bogen glaube ich guck mal aber du hast Panzerbrechende Munition nimm lieber die Panzerbrechende achso ich hab jetzt keine Quest angenommen nur so ich verkaufe jetzt nur die Sachen warte mal Benzin hab ich jetzt genommen einmal auftanken bitte genau 100% wenn wir deins auftanken 130 zwar nur aber ich hab leer gemacht unten oben ist noch was drin hat alles gereicht sehr schön so dann würde ich sagen ab nach Hause kurz jo warte da lang äh jetzt immer so dieses Richtung Norden die Straße entlang ja stimmt ich wollte eigentlich mal aufhören hei 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 siehst du ich hab ihn wieder vergessen hei 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 hi Zombie da war ja was oh du musst dich wieder heilen was machst du immer dass du so wenig Leben hast Zombies schlagen mich der eine kam von vorne hat mich geschlagen der andere kam von hinten hat mich geschlagen ich kann mich nur um einen filmen abwurf abwurf egal jetzt sag mal kurz tschüss boah